Einen wunderbaren Mittwochmorgen liebe Traderinnen und Trader und damit herzlich willkommen zu unseren Handelsideen hier zusammen mit Tickmüll ihrem Broker wo sie Forex Aktien in die CS Rohstoffe anleihen und Kryptowährungen sehr sehr gut traden können wir blicken heute wieder auf ein paar live Charts in den Handelsvorbereitung wer es schon gelesen hat ich schaue gerade noch mal rein US Dollar japanischer Yen dann schauen wir auf den australischen Aktienindex sehr interessant was dort passiert besprechen wir gleich im Detail und dann etwas was wir nicht ganz so oft auf der Uhr haben wir gucken mal in die Tschechoslowakei das heißt wir schauen aus Währungspaar US Dollar tschechische Krone da gab es eine interessante Situation die ist mir aufgefallen und deshalb könnte sich dort das ein oder andere gute an Bewegung ergeben das der Grund weshalb wir hier heute morgen auch mal live in diesen Chart mit rein schon Elena einen schönen guten Morgen und auch alle anderen die hier live zuschauen wie jeden Morgen auch an dieser Stelle die Einladung wenn jemand gerne einen Wunschchart hat einfach hier auf Facebook posten dann schauen wir da direkt auch mit hinein und gucken was in diesem Chart gerade los ist bevor wir das alles tun der Risikohinweis der Handel mit Gewiesen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren und damit in die Tagesvorschau zur Tagesvorschau nochmal ganz kurz zurück auf den gestrigen Tag wir haben ja gestern wirklich sehr gut steigende Märkte auch gesehen obwohl in Deutschland das Thema ZDW Konjunktur Index also der ZDW Index wurde gestern gegeben die sind schlechter ausgefallen als erwartet aber das hat den Markt nicht wirklich gespielt interessiert der hat das absolut ignoriert Montag gestiegen gestern der DAX schön angestiegen mal schauen ob daraus sich eine richtig schöne Rebound Situation entsprechend auch entwickelt Ludger schönen guten Morgen von meiner Seite hier an dich was gibt es heute bei den wichtigsten Nachrichten wir bekommen um 11 Uhr hier den Verbraucherpreisindex für das Jahr und den Monat September hier die Prognose 2,1% also wie im letzten Monat dann gibt es um 14.30 Uhr aus den USA Einblicke in die Baugenehmigung für den Monat September und um 16.30 Uhr wie Mittwoch im Normalfall die Rohöl Lagerbestände hier an dieser Stelle um 20 Uhr gibt es dann das FOMC Sitzungsprotokoll das sicherlich ein Event was doch für deutliche Bewegung an den Märkten sorgen kann heute am Vormittag wird noch eine Rede gehalten seitens der EZB das kann auch etwas ja Stützung etwas Bewegung reinbringen gerade in den Euro müssen wir sehen was dort passiert das ist halt wichtig auch mit zu beachten ansonsten heute Abend um 18.10 Uhr aus den USA spricht noch ein FOMC Mitglied und um 18.30 Uhr auch der Bundesbank Präsident Weidmann also da gibt es ein paar Reden heute im Laufe des Tages noch seitens Zentralbanken das kann auch immer interessanten Input bekommen wo die Börsianer sozusagen hier den Markt anders bewerten umbewerten wie auch immer es kann für Bewegungen sorgen das sollte man einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten und damit würde ich sagen gehen wir mal in die Charts rein hier im Metatrader mit dem Stereo Trader oben auf wir bekommen übrigens immer wieder Fragen wo sie den Stereo Trader auch mit finden ich will ihnen das mal ganz kurz zeigen gehen sie einfach auf die Website von Tickmill das ist hier Tickmill.com.de und auf der deutschen Seite ich ziehe das mal kurz etwas breiter da finden sie bei den Trading Plattformen na warten sie ich muss auf die so kleinen Augenblick so jetzt die Trading Plattformen muss ich mal kurz gucken warum ich jetzt das nicht sehe normalerweise steht es unter den Trading Plattformen kleinen Augenblick ich aktualisiere mal kurz meine Seite so also es steht normalerweise unter den Trading Plattformen ich komme jetzt hier über meinen Web Browser leider nicht drauf Elna bitte wenn du zuhörst sei so gut schick es mal rein genau da ist es Tickmill.com.de Stereo Trader da ist es ich ziehe es mal ganz kurz runter hier haben sie es drinnen auf der deutschen Seite zack und da finden sie alle Informationen dort entsprechend drinnen hier bei den Werkzeugen. Ach irgendwann behalte ich das auch im Kopf Elna ich danke gerne hierfür also einfach auf die Website hier bei Tickmill und dann hier bei den Werkzeugen ist es drinnen nicht bei den Trading Plattformen sondern bei den Werkzeugen und dann haben wir den Stereo Trader sehen sie wenn sie den immer nur benutzen und nicht permanent installieren dann wissen sie auch nicht genau wo der steht nur ungefähr und dann haben sie so gute liebe Partner die ihnen immer wieder unter die Arme helfen also von der Seite her ganz lieben Dank Elna ähm ja Australien hatte ich ja gesagt Australien ein guter Markt auch zum Traden also nicht immer nur auf den DAX gucken sondern die Welt ist ein bisschen bunt da draußen wir haben hier schöne viele Indizes kann ich Ihnen gleich an der Stelle auch mal noch zeigen sie können hier sehr sehr weiter interessante Indizes treten ah der Alexander ist auch da einen schönen guten Morgen wenn sie hier mal in die Markt über sich schauen die können sie relativ leicht öffnen mit STRG und M dann haben sie es hier drin als Tastenkürzel sie haben halt hier die US Märkte US 30 500 und den US Tech sie haben den deutschen Markt DE30 sie haben den UK also den britischen Markt sie haben den australischen Markt sie haben Frankreich Italien Spanien den Stocks 50 den Schweizer Markt ähm Hongkong Japan ähm India und Afrika laufen gerade glaube ich nicht zum Traden da bin ich jetzt nicht sicher India ist glaube ich raus momentan auch müssen wir mal kurz gucken bei den Spezifikationen ähm genau da sehen wir wenn wir hier auf die Spezifikationen klicken am indischen Markt der ist gerade nicht zum Handel möglich hier an dieser Stelle der tickt zwar aber ist nicht möglich und am afrikanischen Markt müssen wir auch mal kurz gucken ich meine da was gelesen zu haben ne hier ist voller Zugriff also sie können selbst den afrikanischen Markt traden das heißt schauen sie da ruhig mal rein da gibt es immer wieder interessante Kursmuster und da werden sie dann auch auf sowas aufmerksam wie ich hier gesehen habe ähm hier haben wir jetzt den Wochenchart der ein oder andere der mag sich wundern wieso wird denn jetzt hier in den Wochenchart geguckt wir wollen doch auch aktiv traden ich sage immer ja na klar wollen wir aktiv traden wir gucken an die richtigen Stellen und wo Bewegung entsteht ähm entsteht ja die Bewegung das ist unabhängig von den entsprechenden Zartzeiträumen die wir uns hier angucken ja wenn der Markt steigt dann steigt an allen Zeiteinheiten aber interessante Situationen die lassen sich gut und gerne mal finden auch in anderen Zeiteinheiten warum blicke ich jetzt hier beispielsweise in die Woche ich blicke in die Woche weil wir hier eine geniale Situation haben wenn sie sich das mal anschauen nur mal ich bringe nur mal ganz kurz den Vergleich zum Tagesschart gucken sie sich mal das Ding im Chart an da kommen sie doch jetzt im Leben nicht auf die Idee in diesem bestehenden Abwärtstrend hier unbedingt eine Long Idee zu aufzubauen ja das auf die Idee kommt man nicht man steht ja im Endeffekt voll gegen den Trend an dieser an dieser Stelle der der ist gebrochen das Ding ist einfach kaputt so na klar der ist kaputt aber wenn man sich mal einen Schritt zurückstellt und das ganze Ding mal aus Wochensicht anschaut dann hat man hier einfach einen Markt der trendförmig sehr schön nach oben gelaufen ist sehen sie das hier sehr schön nach oben na klar hier haben wir einen Trend der ist auf alle Fälle erst einmal gebrochen das ist jetzt sozusagen hier der Bewegungstrend in der Woche und dieser Trend ist jetzt sehr 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 tief korrigiert und er hat hier auf der Marke von 5800 Punkten einen temporären Boden gefunden und steigt dort an da kommt jetzt richtig Stärke in den Markt rein und und das das sollten wir uns anschauen und dort den Fokus drauf legen das heißt der Markt steht jetzt hier genau an einem Widerstand bei 5940 Punkten in diesem Bereich drinnen ja so und hier wird es jetzt sehr sehr spannend was passiert warum wird das ganze spannend wie soll ich sagen an den Märkten können jetzt zwei Dinge passieren ich sag mal mal so das sehr sehr gesunde was mich persönlich sage ich mal etwas entspannter stimmen würde wäre die Situation dass wir jetzt hier so eine Art Rücklauf noch mal bekommen und dann vielleicht ein Test dieser Linie hier unten noch mal und dann nach oben laufen wird das heißt so eine Art W-förmige Korrektur dass man einen Doppelboden hat dass der Markt einfach auch noch mal Zeit hat zu sammeln und zu überlegen und das mal sozusagen wollen wir da wirklich nach oben oder gehen wir doch lieber drunter anders wäre es die v-förmige Geschichte also schauen sie mal das hier ist in so eine W-Form da lief der Markt runter hoch noch mal runter und dann lief er schön hoch und hat ein gutes ordentliches guten ordentlichen Schub als Allzeithoch gemacht das das sehe ich als sehr sehr entspannt oder sowas hier wie so eine Bodenbildungsphase aber nichtsdestotrotz wir stehen wo wir jetzt stehen so und hier ist jetzt einfach die Sache wenn wir hier gleich weiter hoch laufen dann können wir kurzfristig einfach den Schub nach oben noch ein Stück weit mitnehmen Anlaufpunkte sind dann hier auch die 6000 Punkte Marke die sehen wir ganz ganz gut im Tagesschat dann oder kommt es zur Korrektur dann läuft der Markt hier runter und dann wird es entweder gut zu sein kurzfristiges Trading hier rumdrehen den Weg nach unten ein Stückchen mitnehmen und wenn der Markt dann runter läuft dann wird es wirklich spannend was hier unten in diesem in diesem Bereich passiert läuft der Markt hier ran und schiebt dann hoch dann haben wir so eine schöne W-förmige Korrektur und das gibt dann ordentlich Potenzial für später an dieser Stelle und das ganze schauen wir uns jetzt mal im Tagesschat an da schalte ich mal um und im Tagesschat sehen wir genau das hier vom Boden unten ups nach oben rauf jetzt stehen wir hier im Widerstand so jetzt ist halt die Frage laufen wir deutlich weiter wenn wir uns die Stunde mal anschauen das ist für die kurzfristigen Trader sehr sehr interessant die Stunde steht halt weit in ihrer Bewegung und hier können wir jetzt gucken kommt eine Umkehr dreht der Markt rum wenn ja ist das ein Short Szenario für ganz kurzfristiges Trading das heißt hier einfach ein Stück nach unten mitnehmen wenn nein ist die Stärke da und dann stehen hier psychologisch wichtige Marken die haben ja auch immer Relevanzen in allen Märkten die 6000 Punkte stehen dann auch hier im Rahmen die habe ich jetzt hier aus dem Tagesschat rausgenommen weil das einfach diese Marke ist die hier sehr 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 wichtig ist die ist aber in allen Zeiteinheiten wichtig nur die Tageshändler die den Tagesschat angucken die haben natürlich auch Blick auf diese Marke und das ist hier entsprechend auch wichtig geht es darüber dann haben wir hier schauen sie mal am Tagesschat um den Bereich von hier oben haben wir das mal ganz grob knapp 6000 um die 60 und dann hier oben 6084 85 in dem Bereich dann geht es schon in die 6100 das heißt wenn der Markt hier wirklich stabil weiter nach oben steckt dann haben wir schöne Anlaufpunkte nach oben im kurzfristigen Bereich das wäre dann sozusagen diese v-förmige Korrektur dass der Trend der Woche einfach v-förmig nur nach unten geschoben ist und dann jetzt gleich wieder in Richtung der hochs drüber geht das wäre dann die v-Kombination und das müssen wir hier einfach auf der Uhr haben wenn der Markt jetzt wirklich stark nach oben steigt dass das ganze dann hoch läuft hier oben ist auch ein Bereich deshalb wegen gehe ich hier im Stundenchart auch mal einschauen sie hier haben wir jetzt so einige Stunden hoch liegen und wenn der Markt das einfach so wuppt gucken wir mal kurz in den Tagesschat hinein das wäre dann halt auch dieses Tages hoch ich mache das mal größer dass sie es besser sehen können hier drüben haben wir das Tages hoch liegen das Tages hoch vom 11 10 das liegt um 5951 das heißt da ist eins drin und dann kommt erst mal eine Weile nichts das heißt wenn der Markt hier wirklich hoch will dann braucht er Stärke wenn die Stärke da ist ist das ein sehr gutes Zeichen aber wenn hier nichts mehr kommt und der Markt dreht einfach rum dann schauen wir mal was nach unten an Korrektur kommt und dann können wir das ganze nach oben dann als Schwung wieder mitnehmen also sie sehen der Grund warum wir hier reinschauen ist einfach momentan die Drehpunktphase und das bleibt wirklich interessant auch für die kleineren Zeiteinheiten wenn man einfach schauen will wo es denn jetzt kurzfristig hingeht so damit würde ich sagen gehen wir in den nächsten Markt rein gehen wir mal in die Währungen rein und den japanischen Yen hebe ich mir mal zum Schluss auf wir schauen erst einmal hier in den US-Dollar tschechische Krone rein auch hier erst einmal im Tageschart weil hier haben wir eine sehr 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 interessante Situation im Tageschart also auch hier so eine Nebenwirkung muss bei keinem auf keinen Fall langweilig sein warum nicht sie sehen es das Chartbild ist interessant hier sind auch ein Haufen Linien drin lassen sie sich davon bitte nicht beirren interessant folgendermaßen wir haben hier unten im Boden drin bei 21 683 hier unten in diesem Bereich der wurde hier hier drüben schon mal im Mai Juni Ende Mai Anfang Juni gut genutzt um aufzusteigen hier haben wir jetzt wieder im Ende September Mitte bis Ende September diese Situation gehabt dass der Markt nach oben wollte von diesem Level aus und dieser zweite Schub hier hat auch wieder dafür gesorgt dass dieser separate untergeordnete Trend rausgenommen wurden hier bei 22 2 also bei 22 20 das ist interessant hier oben bei 22 57 hat der Markt sein hochgefunden hat jetzt korrigiert und hier unten hat diese Marke wieder gehalten das heißt hier dieses Ausbruchslevel hat wieder für Kurssteigerungen gesorgt und jetzt ist es halt interessant wie sich der Markt verhält an der Stelle können dann wie immer zwei Sachen funktionieren das ist wieder für das kurzfristige Trading sehr interessant wir können jetzt hier entweder eine Erholungsbewegung sehen dann ist es nur eine Erholungsbewegung wenn der Markt dann wieder rumtritt und nach unten läuft das heißt das wäre dann ein Zeichen wenn die 22 20 nach unten gebrochen werden dann gibt sich hier untergeordnet wieder ein Abwärtstrend das wäre dann unser Szenario zu sagen gut dann schauen wir mal auf dem Weg nach unten da haben wir dann die nächsten Tiefpunkte hier an den Tagestiefs bei 22 13 und 22 10 die liegen auch relativ eng aneinander und sie wissen sowas kann durchaus für Dynamik sorgen etwas weiter Luft ist dann bis zur Marke von 22 tschechischen Kronen das wäre das Szenario nach unten das Szenario nach oben schaut etwas anders aus und das wäre nämlich das wenn sich hier oben Stärke bildet das heißt der Markt hier jetzt die Stunde korrigiert und dann nach oben läuft das wäre sehr schön und sehr spannend zu sehen weil dann würden wir über das Hoch der 22 34 gehen und dann haben wir durchaus das Potenzial hier oben in die Tageshochs um die 22 44 und 22 49 reinzulaufen und dann hier wieder Anlauf zu nehmen auf dieses Hoch dieser vorhergehenden Trend brechenden Bewegung das wäre dann sehr sehr interessant weil dann könnten wir wirklich den Anlauf hier hoch schaffen und dann kommen wieder auch ganz andere Zeitrahmen in Frage weil dann können wir uns auf die Tageshochs hier drüben stellen und mal schauen was der Markt hier oben in diesem Bereich bei 22 83 22 84 aus dem Ganzen macht also das Ganze ist sehr sehr spannend und ich hatte es gerade angesprochen in dieser Situation wo wir uns jetzt hier nach oben hin befinden wo der Markt schon mal die 22 34 angelupft hat schauen wir kurz mal in den Stundentrend und im Stundentrend sehen wir halt die interessante Situation dass wir hier untergeordnet sozusagen schon hochgelaufen sind und jetzt hier oben rumdrehen und hier wird es jetzt wirklich spannend ist das hier nur eine Korrektur das heißt läuft der Markt hier an dieser Stelle einfach nur ein Stückchen weit runter um dann irgendwann hier in diesem Bereich hier sehen Sie hier haben wir so einen Bodenbereich so einen Supportbereich irgendwann dann rumzudrehen und hier nach oben zu laufen das wäre interessant das wäre dann das Stärkezeichen und für diejenigen die das Ganze aus der Stunde heraus traden Sie sehen auch hier eine ungefähre Range hier unten die Range ich zeichne die mal ganz kurz ein also das heißt wir haben hier irgendwo unten ein Boden ich mache das mal kurz etwas fetter so machen wir mal hier so und das ganze blau das heißt wir haben hier unten in diesem Bereich um die 22 20 20 einen Boden gefunden wo der Markt nicht tiefer will in der Stunde und hier oben haben wir irgendwo das Top um die 22 33 wo der Markt nicht wirklich drüber wollte bis jetzt und wenn das rausgenommen wird nach oben das wäre dann das Stärkezeichen und das wäre dann das Indiz dafür nach oben zu laufen und wie schon gesagt diejenigen die das gerne Intraday auch traden schauen Sie einfach mal was wir hier im Markt auch haben wir haben hier drüben schauen Sie sich das mal an hier in diesem Bereich haben wir ein Hoch liegen wo wir ran laufen können das nächste Hoch haben wir hier wo wir ran laufen können dann haben wir wieder ein Hoch hier in diesem Bereich um 22 44 das haben wir hier liegen das nächste Hoch haben wir bei 22 49 und dann kommt schon das Hoch dort also wir können die Frage wer nach uns kauft sehr gut aus dem alten Schadverlauf rausnehmen wenn der Markt die Stärke spielt das ist dann interessant ansonsten wieder nochmal was ich gesagt habe hatte vorhin der Blick auf die Unterseite wenn der Markt hier unten drunter läuft dann haben wir jetzt einfach nur eine sehr sehr tiefe Korrektur gesehen dann kommt die Schwäche und dann dann kommt wieder das ins Spiel was wir schon immer hatten wenn der Markt wirklich tiefer läuft dann wird halt der Blick gelegt auf die entsprechenden Tiefs die Korrekturtiefs die wir hier in diesem Aufwärtsschub haben und das kann man dann ebenfalls als Trading nutzen also hier ein Drehpunkt im positiven Szenario meinerseits deutlich eher nach oben zu sehen wenn wir hier den Schwung nach oben auch mitholen können und damit gehen wir in das zweite Währungspaar für den heutigen Tag und zwar ist das der US-Dollar japanischer Yen so hier ist er wir gucken uns den ganzen erstmal auf Tagesbasis an weil das halt deutlich wichtig ist was sehen wir hier wir haben jetzt hier wir kennen diesen Chart schon der ein oder andere wird hier vielleicht ein bisschen Déjà-vu haben diese Kritzelei hier diesen untergeordnet eingezeichneten Trend den kennt man doch irgendwo her ja den kennen wir den haben wir nämlich schon mal besprochen wo wir gesagt haben hier oben gab es ein Umkehrsignal der Markt lief runter hat diesen Aufwärtstrend hier gebrochen ist unter diesen Support gefallen was jetzt ein Widerstandslevel geworden ist also hier diesen großen Ausbruch Support um die 113.134 in diesem Bereich und damals als wir das das erste Mal schon besprochen hatten habe ich gesagt wir sehen jetzt hier eine Korrektur dieser starken Aufwärtsbewegung die wir hier haben und diese Aufwärtsbewegung die hat ja eher tief hier unten bei 110.40 und das schob es da nach oben so und jetzt haben wir halt hier Sie sehen es selbst diese Korrektur Tiefs dieses Aufwärtstrends am Markt laufen und hier unten um die Marke von 111.75 in diesem Bereich hat der Markt angefangen rumzudrehen hier hatten wir auch das Korrektur Tief sehen Sie es hier unten da dreht der Markt rum gestern haben wir dann wirklich eine sehr sehr positive Tendenz nach oben gesehen also wirklich eine schöne starke Umkehrkerze und an dieser Stelle kommt es jetzt wirklich darauf an was der Markt will ja wenn wir uns diese heutige laufende Tageskerze einfach mal anschauen dann könnte man sagen okay der Markt ist jetzt schwach da müssen wir einfach mal in die untergeordnete Zeiteinheit gleich wieder reingucken um mal zu schauen ist es wirklich Schwäche oder erst mal nur eine kleine Korrektur nach dem starken Kursschub von gestern das heißt auf der Oberseite wenn es der Markt schafft dieses Signal diese Signallage hier unten wo wir sehen okay der Markt könnte jetzt tatsächlich rumdrehen nach oben zu laufen dann haben wir hier selbstverständlich erst einmal im ganz kurzfristigen Bereich hier die zwei Tageshochs um die 112.5 vor uns liegen danach weiter nach oben in diesen Widerstandsbereich hier bei 113.134 das sind mal die Marken die jetzt nach oben vor uns liegen auf der Unterseite wenn es doch zur Schwäche wird dann bildet sich hier selbstverständlich ein Abwärtstrend auf der Unterseite und dieser gebildete Abwärtstrend hat dann im Endeffekt nach unten hin die Anlaufpunkte hier aus dem Trendverlauf der Stunde bei 111.116 beziehungsweise hier erst einmal die 110.407 und wenn es dann wirklich ganz tief läuft das heißt wenn diese große grüne Trend bis runter entsprechend korrigiert wird dann sehen wir hier unten das Korrektur Tief um die knappe 110.109 das haben wir da 109.785 das ist das Tief was wir hier unten haben in diesem Bereich bis darunter geht dann das Potenzial also auch hier wieder sehr sehr interessant aber aus Sicht dieser starken Abwärtskorrektur hier wäre es mal interessant die Oberseite zu beleuchten das machen wir indem wir uns jetzt mal die Stunde anschauen weil wir sehen in der Stunde dieses Signal diese schöne Kerze die gestern kam die hat dafür gesorgt dass untergeordneten Aufwärtstrend entstanden ist also das was wir hier sehen ist sehr schön ich zeichne Ihnen den einfach mal ein das war einfach der Schub nach oben und dann gehe ich geht es mal aus Gesichtspunkten nicht direkt auf die diese Tiefkerze das sehen wir sonst im Tagesschatt wahrscheinlich nicht und dann haben wir hier wirklich sehr sehr schön laufen gehabt hier noch mit diesem kleinen Zacken nach unten den Aufwärtstrend in der Stunde warten Sie ich zeichne Ihnen das gleich mal fertig ein das sind viele Dinge die sehen wir wahrscheinlich im Tagesschatt gar nicht weil das einfach zu kurzfristig ist aber das ist einfach sehr sehr schön zu sehen was wir hier nach oben haben Sie sehen wir haben einen schönen laufenden Aufwärtstrend der hat hier oben in diesem Bereich auch das hoch raus rausgenommen dieses vorhergehenden Abwärtstrends das ist definitiv entsprechend weggenommen worden und dann haben wir hier den Markt schön entsprechend nach oben laufen hoch geht es runter geht es wieder hoch jetzt haben wir halt die tiefe Korrektur des ganzen und hier ist es wirklich jetzt zu sehen wo läuft der Markt denn hin und diejenigen von Ihnen die beispielsweise im kurzfristigen Bereich das ganze traden das haben wir den Aufwärtstrend entsprechend in der Stunde hier haben wir noch den Zacken dazwischen gesehen da guckt man einfach gerne mal in die 5 Minuten rein und da werden wir schon sehen wann der Markt wieder rumdreht das heißt wenn wir hier sehen wollen dass der Markt rumdreht brauchen wir einen Trendbruch sowas wie hier dann haben wir die Situation dass wir diesen Abwärtsschub gebrochen haben und dann brauchen wir hier nur die Entwicklung nach oben hin entsprechend weiter anzuschauen das ist dann interessant was der Markt hier macht Sie sehen ja die 5 Minuten Trenden auch so ein bisschen nach oben mit haben wir jetzt die Korrektur hier müssen wir wirklich raus hier oben drüber und wenn sich dann der 5 Minuten Trend nach oben fortsetzt das wäre dann die Umkehrformation die wir in der Stunde brauchen das heißt hier würde der Markt dann rumdrehen wir haben ja schon den Schub von unten nach oben gesehen aber da ist noch nichts fertig und dann die Bewegung nach oben zu nehmen wenn dieser Lauf nach oben sich dann entsprechend fortsetzt dann kommen die oben liegenden Punkte entsprechend für das Trading wieder hier mit in Frage so wie zum US Dollar Yen und zum Abschluss möchte ich weil viele den DAX auch gerne anschauen möchte ich ganz gerne nochmal kurz in den DAX auch reinschauen übrigens wo ich das sehe der BTI der muss ich auch mal ganz kurz reinschauen im BTI der hat sich auch von seinen Tiefs wiederholt also es ist nicht schick was hier passiert das muss ich ganz ehrlich sagen diese Lunden also diese Schatten an diesen Kerzen die machen das Trading schon relativ schwierig weil man halt nichts hat wo man eine klare Richtung findet also das ist so ein Gewurschtel hin und her heute hü morgen hot das ist ein bisschen blöd gerade wenn man auch mal einen Swing machen möchte weil es wird einfach nur angepiekst dann geht es wieder runter unten wird angepiekst dann geht wieder hoch also das ist so ein bisschen blöde wir müssen hier einfach als Händler sag ich mal wer das in Ruhe treten will so ein bisschen die Zeit abwarten wenn wir uns das ganze Ding hier mal anschauen es ist auch wieder so eine Art Dreieck die sich hier in diesem Markt entsprechend mit bildet ist momentan ein bisschen schwierig zu traden das sage ich ganz ganz offen und von der Seite her in den kleineren Zeiteinheiten mag das gehen wenn wir uns das ganze mal hier in den 5 Minuten anschauen dann kann man da schon immer wieder schöne Aufwärtstrends sehen und die Schübe auch aber wenn sie dann sowas so eine starken Spikes nach oben oder unten sehen da wissen sie halt das sind so Zeiten wo sie sagen wir mal von unten nach oben wenn sie das traden wenn sie das mitnehmen können sehr sehr stark auch mit Gewinnmitnahme Orders also hier ist es nicht so dass wir schön saubere Trends haben die wir sauber nach oben traden können und die Stops nach oben ziehen können sondern hier geht es das sehen sie in den Tagesspikes häufig mal so zur Sache dass der Markt einfach nur in die eine oder andere Richtung schiebt ohne dass wir saubere Trends sehen hier schauen sie sich so eine Schübe an oder so eine brutalen Schübe nach unten dann geht es einfach wieder nach oben das braucht andere Handelsstrategien andere Ansätze das in diesem Maße hier das sehen wir halt auch im Öl aber wir sehen halt der Ölpreis steigt auch wieder Stück für Stück an das heißt hier sehen wir mal eine Gegenbewegung zu dem was hier nach unten gelaufen ist und jetzt kommt es halt wirklich drauf an was der Markt draus macht wenn man mal dieses Kursmuster so sieht dieses Kursmuster hier dieses Dreieck was wir hier drüben hatten das war in einem aufsteigenden Markt das heißt das war als bullisches Korrekturmuster zu sehen nach oben hin das Ding hier jetzt wir haben hier untergeordnet das Teil abwärts geschoben das heißt dieses Korrekturmuster haben wir ihn im Abwärtsmarkt das heißt mich würde es hier auch überhaupt nicht wundern wenn der Markt einfach hier ein bisschen noch nach unten durchbricht und der Markt dann etwas tiefer noch entsprechend nach unten korrigiert also wir müssen hier wirklich mal abwarten was passiert das Ganze mit Entspannung auch sehen das ist im Endeffekt meiner Meinung nach auch hier der Schlüssel zum Erfolg und jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier entsprechend auch im DAX an im DAX sehen wir ja entschuldigen Sie bitte im DAX haben wir ja gesehen die letzten Tage dass die Abwärtsdynamik doch deutlich nachgelassen hat heißt hier in diesem Schritt hier unten haben wir sehr sehr schön gesehen nach dem Bruch der 11.800 Punkte Marke nachdem die langfristige Schulterkopf-Schulterformation nach unten durchbrochen wurde hat der Markt nach ein bisschen Tingelei hier unten das war genau das gleiche was wir gerade im Öl gesehen haben diese Tingelei und jetzt kam der Markt dann doch mal nach oben und hier wird es jetzt sehr sehr spannend was passiert findet der Markt die Kraft sich deutlich hier oben drüber zu etablieren und dann einen Aufwärtstrend zu machen das wäre ein sehr 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 positives Zeichen müssen wir einfach mal abwarten das heißt wir kleben jetzt hier in der 11.800 Punkte Zone und hier kommt es jetzt wirklich drauf an was entsprechend passiert ich nehme an auch das was der Herr Paul heute Abend sagt wird doch deutliches Ausmaß haben von dem was wir an den Märkten sehen können wie schon gesagt momentan stehen wir hier oben an den Vortageshochs das ist sehr 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 gut das ist ein sehr sehr gutes Zeichen dass wir nicht gleich wieder abverkaufen wir müssen einfach nur mal uns ein bisschen entspannt zurücklehnen das ist psychologisch gerade nicht ganz so einfach das heißt hier an dieser Stelle möchte ich auch an der Stelle mal sagen jetzt gerade ist eine psychologisch sehr anspruchsvolle Phase und aus diesem Grund werde ich am Freitag im Webinar mal auf ein paar psychologische Knickpunkte eingehen oder ja ich nenne es Knickpunkte weil viele Händler ich habe zu einigen Händlern momentan auch wieder Kontakt die ich in der Ausbildung vorgegeben geraume Zeit auch mal dabei hatte da ist es so dass diese Händler jetzt gerade in dieser Phase mehr oder weniger auf dem Prüfstand stehen das heißt jetzt ist eine Phase wo man als Händler sich auch sehr stark weiterentwickeln kann wenn man die richtigen Schlüsse zieht wenn man in dieser Phase gut lernt und aus diesem Grund gehe ich am Freitag in dem Webinar mal auf ein paar psychologische Punkte ein die gerade jetzt in dieser Phase extrem wichtig sind und schau mal wie man das ganze Ding entsprechend auch lösen kann da gucken wir drauf da gibt es nämlich Lösungen dafür das machen wir dann am Freitag im edukativen Teil vom Webinar damit Lüttger gerne und wenn du eine Wünsche hast auf dem DAX oder wie auch immer einfach hier posten und damit an dieser Stelle fertig für heute das heißt wir haben alle Handelsideen besprochen ich hoffe die ein oder andere Idee war wieder interessant für Sie Sie können einiges mitnehmen auch für Ihr Trading und schauen Sie auch gerne mal bei Tegmail vorbei fangen Sie ruhig mit einem Testkonto an wenn Sie das mögen um so ein bisschen Gefühl für den Broker zu bekommen ist wirklich sehr sehr empfehlenswert an dieser Stelle also allen gute Trades und wir lesen und hören und sehen voneinander morgen wieder aller spätestens um 8.30 Uhr dann hier auf diesem Kanal bei Facebook bis dahin ciao ciao machen Sie es gut